Blub, blub, Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Vampire The Masquerade Bloodlines. Ja, ihr hattet wohl gedacht, wir machen das, was da los war, ne? Jetzt. Ne, 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 ne. Wir gucken jetzt erstmal in den Fischmarkt. Ich will das mit Yuki noch machen. Ich will mir das nicht verbauen. Das sind wichtige XP, die wir brauchen. Wenn ich hier irgendwie gerade nicht durchkomme. Äh, 25 haben wir noch. Okay, das ist cool. Ich will so einen kleinen Backlog haben, so ein bisschen... Oh Gott, was klingt denn... Oh Gott, wie hier abgeht, ne? Oh ja, ich will vor allem auch zu Changs. Äh, ich will so ein bisschen mehr aufsparen an der XP, für den Fall, dass wir ganz, ganz dringend in irgendeinem Skill noch was brauchen. Äh, größeres Kaliber. Ja, den Flammenwerfer behalte ich, Leute. Das könnt ihr aber glauben. Glock-Magazin. Die Ambos hätte ich auch so gerne, ne? NATO-Magazin. Uh, für die Steieraug. Ein Patronengürtel fürs Scharfschützengewehr. Ähm, ja, bitte. Der kostet nur 6. Wie viel hat das Scharfschützengewehr? Wow. Das ist immer nur eine Patrone, wirklich. Und das... Oh, die brauchen dasselbe. Ähm, 88, 64. Ja, dann kann das eigentlich weg. Schnell nachgeladen. Ja, der Rest ist gleich, also kann das weg. Die Tötigkeit ist auch höher. Weg mit dem Kram. Ähm. Hm, da habe ich auch nicht mehr viel für. Also weg. Mit dem Quatsch. Den Flammenwerfer will ich behalten. Aber hier holen wir uns mal ein bisschen Moon. Das kostet ja fast gar nichts. Und ich kann 50 Schuss haben. Die holen wir uns jetzt... Machen wir jetzt fast voll. Äh, sonst noch... Wow. Ein Buschhaken. Da haben wir eine Forderung 10. Schadenswunsch 36. Tötigkeit 13. Wow. Der ist ja krass. Meist von Gärtnern benutzt. Der nicht bestimmungsgemäß gebraucht führt oft zu ausgesprochenen blutigen Ergebnissen. Ja, geil. Ja, ein Katana. Ähm. Die Fackel können wir verkaufen, aber ich glaube, ich behalte sie noch. Aber das Katana bringen wir weg. Das Ding macht einfach mehr Damage. Das ist besser. Jawohl. Ach, komm. Oder? Nee, ich behalte sie. Ich behalte die Fackel. Nicht lange fackeln, ne? Nee, super. Gut. Dankeschön. Ja, Leute. Was bei dem Tower ist, das kommt vielleicht in die nächste Folge. Vielleicht nur diese Folge. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie das mit dem Fischmarkt ausgeht. Ich hoffe, das geht gut aus. Das ist schon mal so ein bisschen die Hoffnung von mir. Oh, ich bin gar nicht so sicher. Aber das Schafschlussengewehr wird sich ja eine gute Waffe. Vielleicht könnten wir damit... Ich denke, die ganze Zeit, vielleicht können wir damit ja das schaffen mit dem blöden Friedhof. Aber ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Sehr. Das ist so eine Kackmission. Die regt mich immer noch auf, wenn ich dran denke. Weil ich es so schade finde. Ich würde es halt gerne schaffen und ich kann nicht. Ah, ihr wart schon wieder dran, hä? Ihr Schweinebande. Aber diesmal bist du dran. Du kannst noch so viel beten, Mädchen. Das wird dir auch nicht mehr helfen. Mann, Mann, Mann. So. Auch wieder, bis du kurz vorm Sterben bist. Das hast du verdient. So. Das hier sind wieder Zhao's Imports. Wir wollen aber hier hin zum Fischmarkt. Ich habe so das Gefühl, oder? Also ich weiß nicht, ob man hier überhaupt hin kann. Wenn nicht, dann gehen wir halt direkt wieder zu La Croix. Doch, hier kann man hin. Wenn das schon so dieses Fischbla-Thema hat. Und hier waren wir noch nicht drin. Das ist, glaube ich, das einzige Gebäude, in dem wir noch nicht drin waren. Ich kann auch nicht da rein. Okay. Interesting. Dann gehen wir nochmal zu dem alten Sack. Zu dem Mr. Ox. Es könnte sein, dass er nach dieser Mission jetzt weg ist. Es könnte sein. Oder keine Ahnung, was mit dir passiert ist. Aber dass wir dann da vielleicht Schlüssel zum Fischmarkt finden. Ja, die alte steht noch da. Wir sind immerhin wieder voll fit dabei. Schade, dass in Chinatown eigentlich so wenig los war. Ich hätte hier gerne noch ein bisschen mehr Quests gemacht. Vor allem, weil ich gerne noch ein bisschen mehr XP gehabt hätte. Wir haben echt nicht viel. Oh mein Gott, hier ist aber ganz schön viel auf den Straßen gerade zu tun. Mal ganz kurz zu ihm. Ich habe auch schon den Laden durchgesucht. Aber irgendwie... Fragen... Nö, sonst fällt mir nichts ein. I don't know. Vielleicht haben wir es versaut. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, das geht mit Yuki noch. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen was hier los sein. Das könnt ihr aber glauben. Okay, dann gehen wir jetzt schnell wieder zurück nach Downtown. Und regeln das. Andere Seite, mein Freund. Ich glaube, du bist der böse Arne, ne? Der uns alle töten will. Der Typ ist der gruseligste im ganzen Spiel, finde ich. Dieser Taxifahrer. Irgendwie eine coole Sau, aber irgendwie auch total gruselig. Und den würde man nicht verdächtigen. Ja, Leute. Hier war es das letzte Mal. Aha. Was auch immer hier passiert ist... Aber ich glaube, die haben den Sarkophag gestohlen, oder? Irgendjemand hat den Sarkophag mitgehen lassen. Ganz bestimmt. Ja. Und ich glaube, Chunk ist ziemlich tot. Hier war auf jeden Fall ein... Au. Ich... Ach, Massaker. Ich hänge hier an den Mistkerlen fest. Ja, da gehe ich garantiert nicht die Treppen hoch. Wo ist Chunk? Oh. Spec Ops sogar. Und einfach so zerrissen worden. Wow. Wer ist denn hier rein? War das Nines? Nee, das glaube ich nicht. Guck mal hier hin. Was? Really? Okay. Ich dachte schon, hier hätte ich jetzt was entdeckt, was ich noch nie gesehen habe. Nach unten darf ich nicht, aber hoch darf ich schon. Hm. Ich wollte schon sagen, darf ich die anderen Knöpfe jetzt mal betätigen? Nein, darf ich nicht. Ah, das sind die Lysium-Waffen nicht erlaubt. Ähm. Ihr wisst aber schon, dass da unten ganz schön was kaputt gegangen ist. Warte mal, das kann ja wohl nicht sein. Ist hier. Hm. Was ist denn hier los gewesen? Hier ist überall Blut und alles bla und kaputt und tot und... Geschnetzel. Und dann gehe ich hoch und oben ist nix. Ach, jetzt darf ich auch nicht mehr hoch, oder was? Aha. Komisch. Was ist hier los? Strange. Nö, hä? Ich kann aber nur da hoch. Was soll ich hier sonst machen? Hm. Ich hab keine Ahnung, was hier jetzt grad los ist, Leute. Was das hier soll. Oh. Plötzlich kann ich nicht mehr da hoch. Ich war grad noch da oben und jetzt darf ich nicht mehr. Hä? Willst du mich verarschen, Freund? Das kann doch nicht angehen. Was nu? Wieso darf ich jetzt nicht mehr da hoch? Aber es hat mich hier grad echt verwirrt, ne? Ich meine, hier stehen... Polentenfahrzeuge, aber hier ist halt auch kein Bulle, mit dem man reden kann. Ein bisschen davon, dass halt alle abgeschnetzelt wurden. Hä? Das find ich jetzt grad so verwirrend. Ist das hier Buggy, das Event? Was auch immer hier abgehen sollte? Hm. Oder hab ich sie jetzt verbuggt, weil ich da rumgespielt hab an dem Bildschirm vorne? Ich meine, das Einzige, was hier rum ist... Also, dass hier so ein Blutstreifen ist, ist das hier. Die Tür. Aber ich kann keine Skills einsetzen, ich kann gar nichts tun. Da kann ich nichts machen. Hm. Komisch. Gott. Die Engine teilweise, ne? Mit Korpsen, das ist echt nicht geil. Ach, jetzt geht's! Hä? Ich verstehe jetzt nicht, Leute. Ich fahr jetzt einfach hoch und... ...befreu mich meines Lebens. Kein Plan. Beckett? Ich speichere nochmal. Ich weiß nicht, was das sollte gerade mit dem... ...mit dem Gemetzel, aber... Ach, das Sabbat. Die Sabbat, was? Ich nehme an, ich sollte erst mal mit dem Prinzen reden. Gleich wieder da, okay. Gut, dass sie das eingebaut haben. Das ist übrigens das, äh, hier, das Erkennungszeichen. Hm, nicht hier. Egal. Aber das ist das, das ist das Zeichen vom Spiel, hier das. Dieser Ank. Oder was das ist. Mit wem, denken sie, dass sie sich beschäftigen? Attacke mich in meinem eigenen Gebäude! Sie sind zufrieden. Ha, sie haben ihre Schwierigkeiten gezeigt. Ein letzter Versuch, um den Preis zu veranstalten. Der Preis? Wer war das? Niemand hat da unten eine Sauerei veranstaltet. Der Sabbat. Ein Pack von Schubelhäden mit schäften Pistolen, das war alles, was sie haben können. Die zwei hatten ein paar Storien, aber ich habe sie geholfen. Und mein Sheriff brachte dem Rest, der letzte Tod, in der Lobby. Sabbat-Animus. Ähm, das waren Polizisten. Äh, ein Sabbat-Angriff, aber warum? Warum denn sonst? Der Motiv aller Kindred in der gesamten Stadt, diese letzten paar Nachts. Der Onkarin-Sarkophagus. Eigentlich eher du. Sie haben mich verliebt, um zu denken, dass der Sarkophagus ein schläfende, ähnteres, der der größten Feist, Diableristen. Okay, äh, sie trinken vom Blut anderer Vampire. Die Sabbat-Animus ist in kein kleinem Teil wegen ihrer Praxis Diablerie. Das ist, trinken die Blut von anderen Kindreden. Es ist besonders älteren, bis sie tot sind. Diableristen verlieren die Macht von denen, die sie aufgetragen haben. Oh. Und die Camarilla. Das ist ein Akt, der durch die Tod verpflichtet. Das würde ich auch gerne machen. Äh, ja. Äh, haha. Ja, ich bin gegen ihn nicht mehr so freundlich. Sie wollen, dass ich mich ganz alleine um den Sabbat kümmere. Lassen Sie das doch in Gorilla machen. Und auch, um den Sarkophagus zu schützen. Für diese Erdwürfe, brauche ich jemanden mit deiner Nerv, um zu garantieren, dass er das ist. Der Sabbat hat uns beiden von uns sehr zu lange. Ähm. Finden Sie jemanden anderen. Du wirst den Sabbat zerstören. Er hat gerade eine Fähigkeit auf mich angewandt. Aha. Okay, ich werde den Sabbat vernichten. Du Arsch. So ein Penner. Dein Sarkophagus. Pantorisches Ergebnis für mich. Ich will das gar nicht. Äh, aber machen wir trotzdem. Oh, 300 Gold. Oh, cool. Äh, die verschollene Kiste, die auf der Dane war, ist der Schlüssel zum Beantrag. Äh, woher? Hast du ihn? Ähm. Kein Schimmel, was wird sie freuen, dass ich Bach getötet habe? Ha. Nicht nur hat er die Gesellschaft von Leopold infiltriert, aber er hat sich geschafft, ihre größte Hünder zu töten. Ja, er war nicht so stark. Sie sind sicherlich eine Legend für dich selbst. Superb. Ich erinnere mich an Drawf Fortress. Eine Legend. Sei mal nicht so ein Arsch. Ähm. Ich habe ihn nur getötet, weil es sein musste. Jetzt muss ich dasselbe mit dem Sabbat machen. Ich habe noch eine Idee. Wir gehen nämlich noch mal in unser Apartment, Leute. Äh, und jetzt sollten wir mit Beckett reden. Oh, apropos. Ähm. Der Prinz hat sie gebeten, den Einführer des Sabbat und Mitglieder desselben, die sich möglicherweise in den Weg stellen, zu töten. Ihr Hauptquartier ist im ausgebrannten Hellobrook Hotel. Ah, cool. Da unten ist endlich das Commodore noch da rein. Äh, okay. Wir haben den Prinzen Bericht erstattet und leider hat er uns verarscht, der Drecksack. Irgendwann ging das mit Yuki noch. Okay, mal nur sprechen. Ja, kennen wir. Äh, das falsch aus den richtigen Gründen. Was heißt denn das? Der Sabbat ist, die Gehenna zu stoppen. Das ist sehr ähnlich zu meiner eigenen, obwohl sie das machen, durch mehr violente, fanatische und flamboyente Methoden. Die Camarilla, auf der anderen Seite, die Verrückung entdeckt. Oder so geht die Partei-Line. Mhm. So geht die Partei-Line, ja, okay. Sind sie in einer Arch? Was ich bin. Is kindred. How others choose to categorize themselves, concerns me only where local customs are concerned. Hm. Individualism is a path, fraught with obstacles and sometimes angry mobs. Hm. But for all its hardships, it is the only one worth taking. Ähm. Ich habe Dr. Johansson getroffen. Ja, er sagte, es sei das Grab Messerrachs, eines asyrischen Königs. Oder er, ne, er sagte, die Eingärbungen an der Seite seien, die eine Dämonin namens Lamastu. Lamastu? Sie war eine Lilith-Figure. Hm. Er sagte, es sei das Grab Messerrachs, eines asyrischen Königs. Tja. Ich mag Beckett. Okay, ähm, er sagt, es gibt einen Schlüssel zu Marco Farke, aber er wisse noch nicht, wo der wäre. The Lock and Key. An Invention as ancient as greed. I should have guessed. It works. All we have to do is find a victor in this nonsense. They'll be the one with the key. Ähm, können sie damit irgendwas anfangen? It seems to corroborate my own evidence. I'm going to have to study it a little more. Maybe dig up some information on Messerrach and the Lamastu myth. I'm certain the key will show up in time. Your information is appreciated. Okay, äh, ich hätte noch eine Frage. Oh, noch eine Erfahrung, okay. Warum soll der Sabbat zu offen angreifen? It's simple. Someone's misled them into believing there's an antediluvian in this very room. Hm. They, and I suspect most kindred in this city would love to sink their stakes or teeth into its imagined occupant. If indeed rocketing it to the moon was out of the question. Wir würden ihn auch gerne aussaugen. Dann wären wir der stärkste Vampir hier. Und das ist ziemlich schnell. Ähm. Ja, ich würde mir an, ich werde sie damit auslösen. Ja, wahrscheinlich. Äh, okay. Ich bereite mich mal auf den Angriff vor. Yay. Wir haben nur eine Erfahrung bekommen. Wie geht's, wird's gerade wieder richtig, richtig armselig, ne, was wir an Erfahrungen bekommen. Egal, wir hauen mal wieder ab. Und jetzt dürfte wahrscheinlich hier wieder alles sauber. Nein, noch nicht. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Äh, aber Ich will jetzt noch mal in unser Apartment gehen. Ah, wartet da unsere hübsche Gudin auf uns. Hm. Und hoffentlich in was hübschem Schwarzen. Äh. Mal gucken. Warte mal. Hier lang? Ich glaube rechts rum. Zu den Apartments. Und zum anderen will ich in den, ähm, in die Mails noch mal schauen. Who knows? Who knows? Hier ist übrigens das Hellobrook Hotel. Lustig. Könnten wir jetzt schon einfallen. Bin ich hier richtig? Nein, bin ich glaube ich nicht. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz zu den, ähm, Anarchen. Ich muss auch nicht rein. Das sieht man eigentlich, weil keine Türklinke dran ist. Dann können wir trotzdem noch mal ganz kurz zu den Anarchen gehen. Ich will gucken auf Nine Stars. Außerdem will ich die Musik noch mal hören. Weil die cool ist. Vielleicht noch was mit Demsel bereden können oder so. Ich finde das so komisch, dass man einfach gar nichts mehr mit denen bereden kann oder machen kann. Jackie Boy. Nee, nein, es ist nicht da. Der würde sich auch noch mal auftauchen, der Kerl. Sup? Ja? Eigentlich mag ich Sup nicht, aber irgendwie, ja, für dich passt's. Okay, wie wär's mit Jackie? Wie hast du denn schon wieder davon erfahren? Ich verstehe, Lacroix, den Sack of Fuck. Ich finde zu ihm passt Bruder nicht. So ihm passt eigentlich mehr Gangrel, oder? Er wirkt mir so wie so ein Wilder. Sie wollen, dass ich einen Archäologen finde. Ich will mich dabei helfen, ihn zu öffnen. Ja, leider. Da hast du wohl recht. Für dich Miss Superstar. Ich wollte dir ein paar Fragen stellen. Ja, das war auch Six Six Shit. Okay, ich muss weiter. Aber cool ist, wenn wir mit ihm über das alles reden können. Er ist ja wirklich unser Guide, so ein bisschen. Finde ich super. Ja, da war leider auch ein Schuss ins Blaue. Aber ich will trotzdem unbedingt in unser Apartment. Auch wenn es nur darum geht, die Trulla noch mal zu sehen. Denn die ist schon ziemlich lecker, ne? Aber ich will auf jeden Fall die E-Mails checken, da ich in Santa Monica das nicht gemacht habe. Beziehungsweise war gar nicht in Santa Monica. It's about time. Was ich sehr cool finde, ist der Geisterwolf, weil er nicht nur Schaden verursacht, und das ist ziemlich viel, sondern er hält die Gegner auch auf. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Hallo Mädchen. Das ist einfach nur mal, weil ich Bock drauf habe. Na komm. Nom, 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 nom. Wow, guck mal, wie viel Blut die hat. Das ist ja krank. Da kann ich mich einfach voll heilen mit. Ich finde den Hoodie übrigens cool, den sie trägt. Mo, so ein Kleid hätte auch was, Melvin. Guckt mal an. Ja, bisschen zerknittert jetzt im Schritt, aber ist ja nicht so schlimm. Brauchen wir hier noch was? Du hast auch nur Crap, aber das ist somit die beste Waffe wohl. Ich würde natürlich schon gerne mitnehmen, aber sie macht gar nicht so viel Schaden, aber das liegt vielleicht auch daran, weil wir so schlecht sind und wir nicht die volle Anforderung haben. Okay. Das ist alles Quatsch, alles Quatsch, alles Quatsch. Wir haben nur einen Blutpunkt. Halt doch mal die Schnauze, Chef, hier. Die Dinger verkaufen wir jetzt einfach mal, weil, was soll's. Na, egal. Ich würde gerne die Bücher noch nutzen, aber Recherche von 10 finde ich einfach zu viel. Hier sind die. Ah, da sind sie doch. Erst noch mal gucken. Ein bisschen Cockblocking betreiben. Hallo. Oh, schade. Diesmal nicht. Diesmal keine Schlampe unterwegs und irgendein Schlampe-Typ. Okay. Skyline Apartments. So, wir sind im vierten Stock. Ich glaube, vierter Stock. Ich vergesse das immer wieder, Leute. Aber ich glaube, es war der vierte. Ich könnte eh noch mal aussaugen, den Penner. Wenn ich es nicht mehr davon erholen würde, würde ich es gerne machen. Ich glaube, es ist vierter Stock. Ich finde immer noch, das Ding braucht zu lange. Guck mal, ist das im zweiten? Bis dahin wäre ich schon im vierten. Wow. Kein Aufzug braucht so lange. Das ist das schlechteste Aufzug, das es gibt. Ja, hier sind wir richtig. Wo ist unser Mädel? Hier haben wir noch ein bisschen Röhrenfutter. Hm. Wo ist sie? Hey, Tien. Ähm. Hm. Gucken wir gleich nochmal. E-Mail. Das wird wieder Morgengrauen. Aha, noch da. Bertram. Okay. Wenn du das liest, weilst du wohl immer noch unter den Untoten. Ich habe einen Vorschlag für dich, wenn du nicht zu beschäftigt bist. Du weißt, wo du mich findest. Diesmal wird es nicht so schwer. Cool. Und. Ah, Vivi. Mein süßes Kainskind. Vielen Dank noch einmal für all das, was du für mich getan hast. Du sollst wissen, ich war ehrlich, als ich gesagt habe, ich bete dich an. Dank dir ist meine Welt nicht mehr ganz so dunkel und verzweifelt. Und ich hoffe, ich sehe dich bald wieder in meinem Club und meinen Träumen. In aller Liebe, Vivi. Hm. Vivi, Vivi. Das ist aber süß. Ja, hoffentlich. Wir können ja nochmal dran vorbeigehen. Und ich will jetzt auf jeden Fall auch das mit Bertram machen. Was zur Hölle? Wo ist unsere Coolmaus? Was soll denn das? Du kannst doch nicht einfach wegbleiben. Ah, cool. Das ist das, was wir eben gesehen haben. Hä? Unsere Ghulin ist nicht da. Wo ist sie hin? A Deer Man? Ja, ja. Ist cool. Unsere Ghulin ist weg. Was soll denn das? Ich verstehe es nicht. Wo ist sie nur hin? Hm. Gehen wir mal zu Vivi schnell. Und dann gehen wir zu Bertram. Ja, obwohl Vivi bringe ich jetzt noch rein. Aber Bertram... Ja, oder? Nee, Leute, das machen wir im nächsten Part. Das machen wir im nächsten Part. Ich gehe jetzt nach Hollywood. Und... Wir werden auf jeden Fall nochmal in Santa Monica... Warte mal, ich gucke mal in den Briefkasten noch schnell. Wir werden auf jeden Fall nochmal in Santa Monica vorbeischauen. Hm. Ähm. In unserem Apartments, ob sie da ist. Weil... Das sind die einzigen zwei Apartments, die wir haben. Hm. Auch nichts. Komisch, Leute. Was soll das? Was soll das? Hier wird doch nichts zugestoßen sein. Egal, Leute. Ich melde mich hier ab. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt. Let's play Vampire The Masked Great Bloodlines. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss. tsch.